GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So. Neckeres Sohn. Ach Gott, ey. Alter, dann war ich einmal da drüben und dann falle ich runter. Glaubst du das? Ja. Ja, ich glaub dir das. Ich hab's ja gesehen. Halt doch die Klappe. Dich hat doch gar keiner gefragt, ey. Doch, du hast gefragt, ob ich das glaube. Ja. Ja. Äh. What? Nein. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch an der stinkigen Käsefüße, die seit sechs Wochen nicht gewaschen wurden, ey. Ja. Dann machst du das öfter, ja. Ja, ich hab halt so wenig Zeit, weißt du, ne? Boah. Ach, jetzt. Hallo, Gerd. Okay. Denk nicht mal dran, mich zu hauen. Ich war gerade am orientieren, wo ich hier bin. Ja, super. Super. Wenn man, dieser Moment, wenn man vergisst, Schiff zu drücken. Ja, Chris, wir haben Verständnis für deine Situation. Mach es nicht noch schlimmer. Ich reiß gleich den ganzen Tüller an. Weißt du, der Gerd, der Gerd geht gleich in Game Mode 1 und baut sich einfach eine Rolltreppe nach da oben und sagt, guck mal, ich hab's geschafft. Ja. Oder baut sich einen TNT-Turm. Ja. Ja, dann hat er den Turm auf jeden Fall abgerissen. Ja, gut, dass man die Karte neu reinladen kann. Ja. Da freut sich der Gerd. Ja, genau. Weißt du, Gerd joint dann das nächste, wenn wir dann die nächste Session machen, Gerd joint. Was ist das? Gerade wieder da. Gerade wieder da. Ach, da oben ist der bunte Teil, ja. Ja, da oben ist der bunte Teil. Es ist, das ist ja das Fiese. Es ist nicht mehr weit. Ja, ob der bunte der Letzte ist, ist die andere Frage. Ja, der Letzte wird's wahrscheinlich nicht sein. Aber vielleicht ist er, weil er so bunt ist, das suggeriert ja vielleicht ein bisschen Spaß. Aha. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich. Garf, 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 Vader, Lasagne, gab es gestern bei mir. Boah, lecker. Selbstgemacht oder gekauft? Gekaufte, 100%. Selbstgemacht. Selbst, selbst gekauft. Nein, selbstgemacht. Im Ofen? Ja, im Ofen. Nach dem Kauf. Ey, jetzt, Schnauze. Äh, oh Gott. Nein. Ihr dürft dann wieder reden. Alter. Das ist ja schlimmer als Call of Duty. Selbst das kannst du nicht. Sagt er. Hange! Komme ich hier durch die Wand durch? Gerd versucht schon, um Abkürzungen zu finden. Noch nah hin. So, ich würde sagen, wir machen noch zwei Minütchen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Gerd? Hier draußen sieht es schön aus. Hast du es? Nein. Bist du nach draußen gekommen? Ja, klar bin ich nach draußen gekommen. Wer ist denn das gemacht? Wer ist denn das gemacht? Noch in die Wand. Gerd, lass die Cheater rein. Ey, Alter. Wir sind hier nicht beim Abrissunternehmen. Ja, echt mal. Ja, komm doch zu mir runter. Dann kannst du es dir angucken. Sieht schön draußen aus. Wo bist du denn? Hier, hier. Hinter dir. Guckst du da? Wow, da ist ein Haus. Mit Betten. Wenn du nach links guckst, ist es der nächste Turm. Ja, ja, nichts hier kaputt machen, ne? Das sind die Command-Blöcke und so. Für Spawn-Point. Ich bin ja nur durch die Wand durch. Ja, ich sag's nur. Jetzt war ich in der Wand für Spawn-Block. Und für Command-Blöck. Äh, Gerd. Also, ich find's ja toll, dass du hier sowas machst, ne? Das ist ja völlig okay. Okay, aber dann tu mir doch bitte, ähm, in Zukunft einen Gefallen. Ja. Warte. Was macht ihr da denn für ein Quatsch jetzt? Ich komme jetzt wieder hoch. Ich muss nur gerade das hier von Gerd irgendwie, warte. Wo hab ich die denn? Ich hätte gerne, äh... Dürfte aber eigentlich nichts passieren. Nein, nein. Geh mal bitte weg. Da. Also, Gerd, wenn du das nächste Mal Wände kaputt machst, ja? Dann setz mindestens eine Tür ein. Ich geh zum nächsten Level. Ich hab's geschafft. Echt jetzt? Ich bin jetzt in dem bunten Raum oben. Tja, dann können wir hoch zu dir. Put Particles on for this part. Ja, hab ich. Ja. Ja, ich bin oben. Alles klar. Einmal zu, Nick. Boah, spitzige Hände, ey. Schön. Endlich. Muss mir wieder einen Strich machen. Ja, ja, mach dir ruhig einen Strich. Ja, ja. Mach ich jetzt auch. So, und nun? Chris, du brauchst jetzt nicht passen, weil das Internet nicht funktioniert. Dann können wir noch mal noch ein bisschen schissen, Chris. Mann, Mann, Blu. Was? Ach, man darf nicht auf die Partikel kommen. Ja, ja. Du darfst die Partikel nicht berühren. Ja, und wo ist das Ende? Ja, den Weg musst du dir merken. Hey, hier kommt irgendein Sound. Hey, ich hab was eingesammelt. Ja, ja. Das hab ich jetzt auch gemacht schon. Ich glaub, wir müssen... Ah. Die da... Die beiden da hinten müssen wir noch kriegen. Ne, drüber springen kann man nicht. Alter, ist das scheiße. Bubble, Bubble, Fass. Mann, Mann, Blu. Ne, da kommst du nicht rüber. Ja, hier ist auch dicht. Ne, 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 du kommst hier irgendwo lang. Ja, aber wo? Hier ist alles zu. Mann, Mann, Blu. Ah, ne, hier hinten geht's lang. Ja, genau. Ne, hier nicht. Lol. Was? Hat der mich genutzt. Hä? Nein! Aber siehst du, das ist mal was anderes. Das ist jetzt mal nicht hoch springen. Ich steh jetzt hier drin und was jetzt? Hast du das Ding eingesammelt? Bin ich im falschen Game Mode? Bin in Null. Ja, du bist in Null. Du musst zurück in Zwei. Ah. Und dann einsammeln. Danke. Jetzt müssen wir nur das Letzte kriegen. Guck mal, weißt du? Springen kann der Gerd nicht, ne? Aber Labyrinth laufen. Das krieg ich da hin. Hammer. Wow. So, und jetzt? Ah, da hinten ist eine Leiter hinter dir, Mario. Yay! Ich bin der Erste an der Leiter. Wow! Oh, scheiße. Da wollt ihr. Das ist gelockt. Keine Pfeffung. Ihr wollt hier nicht hoch. Ihr wollt hier nicht hoch. Alter, nein! Oh. So schlimm. Äh? Ach. Och. Alter. Das sieht schon aus nach Abfuck, ey. Jetzt leckt der Server ein bisschen, ne? Kann das sein? Ja, du hast wieder Probleme. Da komm ich gar nicht drauf. Shit. Ja, da musst du Shift mitdrücken. Äh, äh, Steuerung meinst du? Ja, es hilft aber, wenn du drauf bist, dein Shift zu drücken. Ja. Wenn du drauf gelandet bist, Shift. Ja, shit. Ja, wenn man mal was sehen würde, ob man drauf ist. Ja. Lieg es drauf. Nicht drauf. Äh, äh. Kannst du bitte noch ein bisschen lauter husten? Ist doch nicht. Shit. Ja, mal ein Stück zu kurz, Mayo. Ja. Mayo hat sich fast abgeguckt. Aber das hilft tatsächlich. Äh. No. Boah. Pass auf, Gerd. Ja, du warst drauf. Hm? Warst du auch. Na, falsche Tassen. Jetzt hab ich S gedrückt. Ah, leck mich da. Warum brennt's hier eigentlich? Ach, shit. Nee, kommst du so nicht hoch, Chris. Äh. Die sind etwas höher als ein Block. Nicht brennt. Ja, da oben ist irgendwie Feuer. Was das bringen soll, weiß ich nicht, aber... Damit es schön aussieht wahrscheinlich. Ach, fang. Ich drauf? Nein. Nein. Das sah aber gut aus. Du hinkst mit der Nase direkt auf dem Ding drauf. Wie in der Reha... Hm. Ach, ich rutsche mal drüber. Der Gerd, der guckt sich das an. Das ist klar. Du, Häcken! Nein, warum... Oh, jetzt ist er nicht gesprungen wieder. So, ich setz mich nochmal in Spawnpoint hier unten. Du kannst mich mal im Arsch stecken. Na! Was sollte das denn jetzt, Mayo? Na, na, na. Ach, ja. Ich bin aber leider offline. Probier's noch zweimal und dann wird leider offline. Letzter Versuch. Anima! Okay. Ich bin aber nicht gestorben. Ich würde sagen, wir machen hier für diese Session gemeinsam Feierabend und machen dann beim nächsten Mal einfach hier weiter. Spawnpoints sind ja gesetzt. Was haltet ihr davon? Moment. Ja. Das von dir kommt bei mir klar. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns, ja. In der nächsten Folge dann an dem Punkt wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.